Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Deutsche Vita, mein Lidlbox für dich. Also mein Lidlbox Deutsche Vita Edition. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich im April hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wahnsinn. Wir haben es einfach schon wieder, April. Ich bin, ich bin, ich finde es wahnsinnig. Also es ist heute der 6.4., wo ich drehe. Und ja, die My Lidlbox ist jetzt bei mir eingetroffen und möchte ausgepackt werden. Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sich hier vorzustellen. Die kostet normalerweise 17,90 Euro pro Box. Und ja, erscheint monatlich, enthält Beauty-Produkte, Lifestyle-Produkte und manchmal ein bisschen Schmuck. Und ja, ist eine ganz besondere Box. Das werden wir gleich auch sehen, wenn wir sie öffnen, denke ich mal. Ich habe hier auch eine weitere Edition, nämlich diese hier. Also die ist noch verpackt. Ich habe sie jetzt einmal kurz geöffnet, um zu gucken, ob auch wirklich genau die gleiche drin ist. Ja, ist es. Die wird nämlich in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und ja, so erscheint sie auch tatsächlich bei einem Zuhause. In diesem Karton Liebesgrüße aus Paris steht dieses Mal drauf. Ich glaube, das steht aber eigentlich immer drauf. Finde ich sehr hübsch gemacht. Ist auch sehr, ne, da hast du Notre Dame drauf und so weiter und so fort. Und eine Französin mit so einem französischen Hut. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Und, ähm, Pouchette ist das nicht, ne? Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben manchmal eine Tasche, manchmal haben wir eine Box, manchmal haben wir ein Körbchen. Und ich finde es klasse. Also das ist auch sehr schön gestaltet. Wir sehen hier auch ein kleines französisches Dorf. Es ist so, weiß ich nicht, oder ist Deutsche Vita Italienisch und das soll ein italienisches Dorf sein? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ähm, genau. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. Ähm, ich habe den Deckel einmal entfernt. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Wir haben manchmal ein Begleitheft dabei, beziehungsweise ein Flyer oder sowas in der Art. Und, äh, manchmal auch ein paar mehr Flyer. Hier haben wir so ein Kärtchen. Erfahrung ist das, was man findet, wenn man nach etwas anderem sucht. Federico Fellini, italienischer Filmemacher. Okay, es ist eine italienische Edition. Ähm, genau. Und das ist so ein schönes Bildchen. Das kann man sich theoretisch auch aufhängen, irgendwo hinstellen, wenn man möchte, ne? Finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Darunter verbirgt sich dann noch ein weiteres erklärendes Irgendwas. Das Who is Who, der Pasta All Italianer, die Geheimnisse deiner Nudeln. Okay, also da sind die verschiedenen Nudelsorten aufgeführt. Finde ich schon ziemlich cool. Ich bin ja auch so ein Nudelfan. Und, äh, auch ein paar Rezepte sind hier aufgeführt. Hier sind auch schon ein paar, äh, das ein oder andere Produkt ist hier geteasert. Denn du hast ja auch manchmal Produkte mit dabei, die von der My Little Eigenmarke sind. Ähm, die kann man auf der französischen My Little Box Homepage bestellen. Ich schaue auch mal, dass ich euch die Preise zu den Produkten einblenden kann und verlinken kann und so weiter. Ja, im Prinzip haben wir hier, äh, das Schleifen ja schon ein bisschen zerstört. Gut, ich mach's jetzt einfach mal auf. Wir haben hier auch ein Kärtchen mit drin. Die My Box, verheimlicht ihr etwas? Ach, guck mal. Oh, im Mai, das ist übrigens mein Geburtstagsmonat, ähm, hat die My Little Box eine Kooperation mit Rituals. Da freue ich mich ja schon drauf, ne? Salz über die Schulter werfen, auf Holz klopfen oder sehnsüchtig nach Schornsteinfegern Ausschau halten. Wir haben alle kleine Glücksbringer-Rituale. Mhm, hab ich auch. Auf Holz klopfen hab ich ganz, ganz exzessiv. Im Mai haben wir uns mit einer Marke zusammengetan, die dir ein besonders schönes ans Herz legt, das große Entspannungsritual. Da bin ich gespannt, welche Rituals-Serie sich darin verbergen wird. Ich hoffe auf Sakura, denn das ist meine liebste Rituals-Reihe. Und hier haben wir dann die verschiedenen zusammen, nein, die verschiedenen Komponenten in der Box. Denn es sind immer so kleine Täschchen und kleine Schächtelchen. Das ist schon süß gemacht, ne? Ich fange jetzt mal mit dem einzigen Produkt an, was unverpackt ist. Und da haben wir direkt was von Barbour. Nourishing Handwash Oil. Das ist schön. 200 Milliliter. Das kostet schon eine ganze Stange Geld, ne? Keine Ahnung. 15, 20 Euro würde ich jetzt schon sagen, kostet sowas, ne? Gründlich reinigendes Handwaschöl. Das kann man gut gebrauchen. Also so ein Handwaschprodukt ist nie weg. Finde ich cool. Ist mit Pumper. Aber es riecht sehr neutral, sehr angenehm. Eigentlich noch Seife, ne? Das sind jetzt nicht groß irgendwelche Parfümstoffe, die man so groß riecht. Finde ich aber nicht schlimm. Jetzt habe ich da meinen Lipgloss drin gemacht. Das ist übrigens der Catrice Powerful Five irgendwas. Und auf meinen Wimpern trage ich die BH Cosmetics Stellar Lash Mascara. Falls ihr euch fragt, weil ich finde, die ist ziemlich heftig. Genau. So. Ja. Finde ich schön, dass das mit drin ist. Und, ähm, ja. Schon mal das erste schöne Produkt in der Box. Sieht man. Je besser. So. Dann kommen wir jetzt mal zu einem Produkt von My Little Box selber. Von der, ähm, also ich mache jetzt mal so ein Lifestyle-Schächtelchen auf. Ähm, Farniente au bout du Ness. Lunette de Soleil pour se la jouer incognito sur la cote italienne. Ist das eine Sonnenbrille? Das hat irgendwas nämlich mit incognito und Soleil zu tun. Und wenn, ne? Denke ich an Sonnenbrille. Und das kommt hier auch raus wie eine Sonnenbrille. Ach, guck mal. Hier sind auch verschiedene Informationen über Sonnenbrillen an sich. Kategorie 3 soll das wohl sein. Und Kategorie 3 heißt, ist Pelle. Ich brauche eh eine Brille mit Stärke. Das ist für mich eh nur ein Accessoire, wenn ich dann mal am Strand liege, dass ich die dann aufsetze, ne? Ansonsten laufe ich irgendwo gegen. La Dolce Vita oder Vista. My Little Box ist hier ein Brillenputztuch. Kann man auch immer gut gebrauchen. Und hier haben wir das schöne Schätzelein. Das ist dunkel. Und in so, ähm, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ob die Kamera das aufhängt. So ein bisschen Leo-Design ist das. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auf jeden Fall von hier. Wenn das Licht so ein bisschen durchscheint, setze ich die mal auf. Weil ich habe ja echt eine große Rübe, Leute, ne? Ihr seht das. Die steht mir auch nicht wirklich, ne? Die ist mir... Also schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass mir diese Brille steht. Ich finde die ziemlich klein für mein Gesicht. Ihr werdet auf YouTube ja wahrscheinlich auch verschiedenste Unboxing-Szenen. Und da werdet ihr auch genau diese Brille auf anderen Rüben sehen. Und, ähm, ich finde, dass mein Gesicht dafür zu groß ist. Ich finde, dass ich damit... Das ist jetzt nicht so Puck die Stubenfliege-Brille, ne? Dafür müsste die ja größer sein. Ich finde die für mich wirklich zu klein. Voll krass, ne? Ja. Folgt mir auf Instagram, dann seht ihr auch mal mich mit Brille, falls ihr das hier vermissen solltet. Ähm, hier kann ich leider meine Brillen nicht wirklich tragen, weil die Ringlicht, das Ringlicht, die Ringlichter, da ist noch eins, und die ganzen Lichter hier, die spiegeln einfach zu sehr. Ja, das würde euch irritieren, das würde mich irritieren, und wenn ich die Brille hier trage, sind meine Augen auch viel lichtempfindlicher, das ist ein bisschen schade. Aber na, vielleicht kriegt eine Freundin von mir die, oder die kommt mal in der Verlosung, wäre die ein bisschen größer, na, oder ihr sagt jetzt, oder ich sehe es beim Videoschneiden, man weiß es nicht, oder ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare und sagt, Mensch, Claudia, das ist deine Brille, die sieht richtig toll aus. Und wenn du dann am Badesee liegst, irgendwann mal in diesem Universum, und diese Brille trägst, das wäre doch der Hit. Ne, wie gesagt, schreibt mir das gerne, aber bitte ehrlich sein, ihr könnt mir auch gerne schreiben, nee, Claudinchen, die steht dir halt wirklich überhaupt nicht. Ne, ich finde es aber cool, dass sowas in der Box mit drin ist, und ich glaube, ich glaube, vor zwei Jahren war auch schon mal eine Brille, eine Sonnenbrille in der My Little Box drin, wenn ich mich nicht täusche. So, ähm, ich mache es jetzt wirklich spannend und gehe nicht direkt zum dekorativen Kosmetikpart, der sich hier drin befindet, sondern ich gucke mal, was hier drin ist. Ciao, Bella, Etikette de Bagage pour Voyage qui bot. Ja gut, Voyage, also Reisen ist jetzt ja gerade echt nicht so angesagt, ne. Man darf jetzt nicht unbedingt vergessen, hier hinten steht übrigens auch nochmal auf Deutsch drauf, kleine Etikette für dein nächstes Reiseabenteuer. Schmeiß dein schönstes Blumenkleid, Strohhut und Sandalen in deinen Koffer, häng deinen neuen Lieblingsgepäckanhänger dran, auf geht's, Amalfi-Küsse willkommen. Amalfi, ich habe letztens noch von Kiko bei der Amalfi Limited Edition zugeschlagen. Ähm, ja, aber die Boxen werden ja viel weiter im Voraus geplant, wobei, wir hatten das Ganze ja auch schon vor einem Jährchen, ne, aber vielleicht hat man vor einem Jahr gedacht, ach nö, 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 bis dahin wird alles wieder normal sein. Naja, schön wär's gewesen. Andiamo! Los geht's, heißt das, glaube ich, ne, weiß ich nicht. Und hier ist nochmal das gleiche Design aufgegriffen, wie auch auf der Box an sich. Ist wunderschön, ne. Wenn sowas, ja, hast du halt deine Adresse, kannst du hier eintragen. Et ist nie weg, ne. Bei der nächsten Reise, die vielleicht irgendwann mal stattfinden wird, kann man das verwenden. Es tut jetzt vielleicht ein bisschen im Herzen weh, weil wir jetzt gerade eben nicht reisen können, aber es ist ein süßes Accessoire. Ja, passt theoretisch auch jetzt gerade in die Jahreszeit, weil eigentlich wäre jetzt ja die Zeit von Ferien, Osterferien. Man würde theoretisch verreisen können oder würde sich auf den nächsten Sommerurlaub vorbereiten. Mö, ne. Shit happens, sage ich jetzt einfach mal. Wir gucken mal, was jetzt die, äh, dekorative Kosmetikriege dazu sagt. Also es fühlt sich nämlich an wie ein Lippenstift und wie ein Pöttchen, was ich eben schon in dem Flyer gesehen habe. Ähm, Matche Bella. Ja, ne, meine Schöne heißt das wahrscheinlich. In so einem Säckchen, du hast meistens die dekorativen Kosmetikprodukte in diesem Säckchen drin. Und, äh, dann habe ich hier zwei Produkte und einen Faden. Zum einen habe ich hier von NYX den Professional Makeup Suede Matt Lipstick. Sehr gut, Matt und ich, wir sind nicht so die besten Freunde. Habe ich in der Farbe Kopenhagen. Und so schaut der aus. Der ist natürlich sehr intensiv. So ein Tönchen habe ich das ein oder andere Mal auch schon da. Ich nehme mir jetzt meinen Lipgloss, den ich drauf habe, mal ab und mache mir den drauf. Ähm, normalerweise, ähm, verwende ich, äh, die dekorativen Kosmetikprodukte, die ich in den Boxen drin habe. In einem Full Face Schminkie, wo ich mich nur mit Produkten aus Beautyboxen aus dem jeweiligen Monat schminke. Die halt in dem Monat bei mir eingetroffen sind. Aber den möchte ich jetzt direkt mal testen. So. Ja. Matt und krass, ne? Das ist, das ist schon cool eigentlich. Von der Farbe her riecht auch angenehm. Also ich mag den Duft von den nixuiden Lippenstiften gerne. Meine Lippen glitzern einfach noch, ne? Okay. Oh, der kommt. Der kommt. Der kommt. Ohne Lip Liner ist es natürlich jetzt eine Herausforderung, ne? Sehr farbintensiv. Wow. Ne, aber eine geile Farbe. Also da beschwere ich mich jetzt null und ich spüre den nicht auf meinen Lippen. Hm. Ja, ist jetzt nicht kussecht. Also ich habe eben die Oberlippe gemacht und dann runtergestempelt. Einfach so, ne? Und, ähm, ja, das ist schon, schon krass. Aber es ist halt matt, ne? Das muss man mögen. Ich habe das jetzt oben sehr spitz gemacht. Das sieht jetzt sehr hart aus. Aber ich finde die Farbe ziemlich geil. Und wenn man halt ein schlichtes Augenmake-up macht oder ein relativ schlichtes, so wie heute und vielleicht auch einen helleren Pulli und dann so eine knallige Lippe dazu, finde ich das schon cool, ne? Ist das mit Maske tragen ein bisschen schwierig, weil der wird safe abstempeln. Aber ich finde den irgendwie, der hat was. Die Farbe hat was. Der Lippenstift an sich fühlt sich schön an. Er gefällt mir. Doch, doch. Doch, 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 doch. Den mag ich, ne? Finde ich cool. Und wird auf jeden Fall auch in meinem Fullface-Schminkie nochmal in Anwendung kommen. Es sei denn, ich habe jetzt in den nächsten Beauty-Boxen auch ganz viele Lippenprodukte. Dann habe ich den ja schon mal... Aber wir müssen mal gucken. Die Lady hier neben mir entscheidet eh. Und hier habe ich etwas... Das ist ein Lippenbeiserm. Lippenbeiserm. My Little Beauty Smooth Creamy... 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 Nur als Creamy... Witzig. Ähm... Fata Pupier en gelée. Ne, Fata Pupier ist doch ein Lidschatten. Acht Milliliter? Ist das ein Lidschatten? Witzig. Okay, das sieht halt aus wie so ein Gelée. Ne? Eigentlich auch so ein bisschen wie so ein... Ist das wirklich ein Lidschatten? Der sieht... Oh, so rum. Der sieht sehr flüssig aus. Es könnte sogar fast ein Highlighter sein. Das ist ja Wahnsinn. Ich suche den mal jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von flüssigen Lidschatten. Oh. Den kannst du als Highlighter sowas von verwenden. Weil wenn ich den so ausblende, ne? Das ist dann halt nur noch so ein Schimmer. Witzig übrigens hinter euch, ne? Eben hat es geschneit. Ihr seht es ja auch an den verändernden Lichtverhältnissen, ne? Eben hat es erst geschneit. Dann wurde es ja dunkel im Raum. Jetzt gerade kommt die Sonne so exzessiv raus. Die weiß auch nicht, was sie will. Ja, aber finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn ich den... Da muss ich den ein bisschen mehr aufbauen und dann immer Schicht für Schicht und trocknen lassen. Ich glaube, das funktioniert. Weil super deckend ist der jetzt nicht, ne? Seht ihr jetzt hier auf dem Handrucken? Beziehungsweise ihr seht es eben nicht. Ne? Doch, das kann auf jeden Fall was werden. Werde ich ausprobieren. Bin ich gespannt drauf. Erinnert mich aber jetzt nicht unbedingt von der Konsistenz hier an einen Lidschatten. Da würde ich eher sagen, dass es ein Highlighter ist. Ja nun, ne? Wird, wie gesagt, ausgetestet. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Preis ich das ansetzen soll. Das werde ich mal gucken. Ansonsten werde ich das irgendwie mit einem vergleichbaren Produkt mir zurate ziehen. Jetzt habe ich den Stain hier drauf. Also auf dem Finger, wenn das antrocknet, ist es schon ordentlich. Es ist immer bei mir ein bisschen schwierig wegen meiner Schlupflider. Das creased dann einfach schnell, ne? Deswegen bin ich eigentlich nicht so der Fan von Cream Eyeshadow. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel bei meinem aktuellen Look so einen Lidschattenstift verwendet. Und der verrutscht halt auch nicht. Deswegen, ne? Also es kommt immer auf die Qualität des jeweiligen Produktes an. Ihr Lieben, das war eine coole Box, finde ich. Also wir haben ein nices Accessoire mit drin. Gut, nicht jeder hat so eine Rübe wie ich. Wir haben einen coolen Lippenstift mit drin. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr jetzt dieselbe Farbe drin habt. Es kann sein, dass die Farben vielleicht so ein bisschen variieren. Manchmal ist es auch so, dass die jeweiligen Pflegeprodukte variieren. Bei dem glaube ich jetzt nicht, dass da unterschiedlich was drin ist. Vielleicht eine andere Duftrichtung, wobei wir hier jetzt ja keinen expliziten Duft haben. Deswegen glaube ich schon, dass jeder auch diese Handseife hat. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, falls ihr eure My Little Box schon aufgemacht habt, was ihr so drin hattet. Und ja, denkt an die Verlosung, alles was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!